Wenn Sie das unbedingt wollen, dann sage ich Ihnen, ja sicher, Sie haben ja gar nichts anderes zu tun, als Leute reinzulegen. Ich denke nicht, ich denke nicht daran, nicht? Das ist nur eine Frage, Herr Wehner. Ja sicher, Sie haben ja auch recht. Wenn ich so ein Ding hätte und würde Sie fragen, was meinten Sie wohl, wie Sie herumflanieren würden? Natürlich, aufgrund Ihrer Erfahrung, Herr Wehner, natürlich, das gestehe ich zu. 31 Jahre in diesem Parlament und ich will nicht, dass das am Schluss auch noch auseinander gefragt und zerredet wird durch diese Art Mitunterstellungen. Hier war eine Sitzung, das war eine nicht öffentliche Sitzung, wenn jemand ernsthaft was will zum Thema, aber wenn er kommt mit Vorurteilen, kriegt er von mir eine grobe Antwort.